So geht er mit dem Stopp-Sport. Machst du mal? Ja. Na ja. Du musst stopp da. Zum anderen Ende runter. Ich wollte auch noch ein Spamion. Du musst stopp. So. Was muss ich? Ich hab die Alkohedonade. Was ist Baba? Maren ist ja interessant da vor. Ja. Das wär in richtiger Kletterform gewesen. Mama. Aber schade. Jetzt ist er schon abgebrochen. Warum ist da? Ich weiß nicht. Das ist jetzt interessant für Nico. Schauen wir mal was der macht. Was machst du? Wer holt sich da sein Auto? Ja und vielleicht kommt da die Baum auf. Ja. Da können wir, weil er auch voll ist, am Baum geht. Ja. Ich hab auch nicht. Ja. Der ist schon voll dreckig. Da darf er nicht mehr rein. Ja. Du musst aufs Gas untersteigen. Da ist aufs Gas untersteigen.